Sage deinem Kind in Gedanken oder laut, wie sehr du dich auf es freust. Auch dein Kind möchte nun zu euch ins Leben kommen. Ganz weich und geschmeidig rutscht es noch tiefer in deinen Unterleib. Du öffnest dich ganz bewusst immer weiter. Spüre, wie die letzten kraftvollen Wellen durch deinen Körper fließen. Instinktiv endest du den Atemrhythmus. Und atmest jetzt mit natürlicher Kraft ganz tief nach unten. Stell dir vor, du atmest hinter dein Baby. Und atmest du den Atemrhythmus. 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 Und atmest du den Atemrhythmus.